Ja, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr wieder eingestellt habt mit einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute reden wir, beziehungsweise jetzt reden wir nochmal über Amiri, denn da wird die Spur heißer. Das freut mich erstmal sehr und da sprechen wir auch gleich drüber. Und auch Ole Werner, der Zitat gesagt hat, wir brauchen ja nicht sieben, acht neue Spieler zu holen, es reichen auch drei bis vier. Und da werden wir auch gleich genauer drauf eingehen, was er damit meint und wie das Ganze aussieht. Ihr könnt natürlich direkt zu Beginn des News einmal ein Däumchen nach oben da lassen. Sehr, sehr gerne auch ein Abo da lassen. Wir haben die 21.100 geknackt, meine Freunde. Wir machen weiter natürlich. Road to 22.000. Unser nächstes Ziel natürlich erstmal 21.200. Schritt für Schritt und ich freue mich über jeden, der sich anschließt. Ihr merkt schon, ich bin wieder zurück aus Bremen gekommen. Die Zentrale halbwegs wieder aufgebaut, hatte ja einige Sachen mitgenommen gehabt. Genau, ich hoffe, dass das so passt. Ihr könnt ja mal gerne reinschreiben, ob das jetzt erstmal mit dem Ton und so weiter alles weitestgehend funktioniert. Ihr wisst ja, nächste Woche, denke ich mal, werde ich es schaffen, dass ich einen neuen Schreibtisch auch besorgt bekomme und dann können wir den Hintergrund gestalten, weil dann die Kamera einen festen Standpunkt bekommen wird. So, und jetzt sprechen wir erstmal über Ole Werner, der nämlich gesagt hat, danach sprechen wir natürlich noch über Nadiem Amiri. Das ist nämlich das heißere Thema heute. Aber auch Ole Werner, der gefragt worden ist oder es gab ein Kicker-Interview. Das werde ich euch unten mal verlinken. Und da war unter anderem diese Szene, die ich euch kurz mal zitieren möchte. Klar ist zwar, dass dem Kader noch der ein oder andere Reiz in Form einer Neuflösung zugeführt werden soll. Jetzt hat er aber Ole Werner sich auch dazu geäußert und Folgendes gesagt. Zitat Ole Werner. Es ist nicht so, dass ich sage, wir müssen sieben, acht neue Spieler holen, sonst können wir keine erfolgreiche Saison bestreiten. Sondern manchmal reichen auch drei, vier Spieler, die dazukommen. Und wir haben ja auch schon den einen oder anderen, der dazukommen ist. Naby Keita jetzt verletzt, Abba Kovnacki. Und auch hier werden auch in dem Artikel unter anderem Leihrückkehrer Justin Jinmar, Nick Woltemade und Oliver Burke sowie Nikolaj Rapp mit aufgezählt. Und da gab es auch noch ein Zitat zu den Jungs. Das sieht man auch bisher in den Einheiten und Testspielen, dass man die Jungs und deren Rollen anders wahrnimmt. Oder beziehungsweise die Jungs die Rolle auch anders annimmt. Ole Werner möchte gerne ein vernünftiges Gerüst bauen und da dann eben qualitative Verstärkungen holen. Deswegen wurde auch wieder, das hören wir jetzt auch nicht zum ersten Mal, die Hintertür nach hinten weiter aufgemacht. Dass es am Ende auch nochmal einen qualitativen Transfer geben kann, weil man dort eben manchmal, oder beziehungsweise weil sich dort manchmal eben gewisse Türen öffnen. Und man da dann auch den einen oder anderen qualitativ guten Transfer machen kann. Und Ole Werner ist sich übrigens auch sicher, dass auch diese Spieler trotz ohne Trainingslager, gemeinsames Trainingslager, dann noch eingeführt werden können. So, ich habe gerade nach einem richtigen Wort gesucht, eingeführt werden können in das System, weil eben man viele hat, die das Grundgerüst ja verstehen und die Jungs dann eben auch an die Hand nehmen können. Dennoch ist es auch so, und das haben wir ja heute Morgen im Video schon mal gesagt, da war ich ja noch in Bremen, habe ich am Besa-Stein aufgenommen, auch mit einem Abonnenten. Unter anderem könnt ihr auch gerne abchecken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dass ja auch Clemens Fritz die Tür aufgemacht hat für den Transfer im Zählertal. Da glaube ich auch fest dran. Das könnte eventuell sogar Amiri werden. Da müssen wir gleich noch drauf eingehen, denn Fritz hat ja gesagt, wir haben auch noch das ein oder andere Bettchen frei. Sehr sympathisch auch noch dabei gesagt. Und natürlich weckt sowas Hoffnung und das weiß er ja auch. Also er wird die Aussage nicht machen, wenn er damit gar nicht rechnet. Das ist auch klar, weil das sowas, wie gesagt, das weckt halt Hoffnung und das macht halt ja auch eine Tür auf. Das könnte aber allerdings sehr interessant werden, wenn es vielleicht am Ende wirklich Amiri werden würde. Denn es kam ein Artikel zu Amiri raus und den möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Und zwar ist es der hier. Nächster Transfergroup. Werder flirt mit Amiri wird heißer. Mittelfeldspieler kann sich Wechsel nach Bremen gut vorstellen, weil Werder bleibt die Frage nach der Finanzierung des Transfers. Und Leverkusen fordert 4 bis 5 Millionen Euro. Und unter anderem wird auch geschrieben, dass Amiri bereit ist, auf Gehalt zu verzichten. Das war ja ein Thema, was der eine oder andere schon unten reingeschrieben hatte zuletzt bei Amiri, wegen dem Thema Gehalt. Da habe ich aber auch schon gesagt, also wenn Werder sich wirklich mit Leverkusen über den Transfer auseinandersetzen will, dann wird man mit Amiri schon über dessen Gehalt ein Stück weit geredet haben. Und eines ist auch klar, wenn Amiri wirklich Bock auf Werder hat und auf diese Mission hat, dann weiß er, dass da auf ein Gehalt verzichtet werden muss. Und jetzt können wir nochmal ergänzend sagen, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig für viele. Amiri hat bei Leverkusen nicht verlängert, weil er mehr spielen möchte. Also Leverkusen wollte ja mit ihm verlängern. Da hätte bei der Verlängerung, das kennen wir, bei der Verlängerung selber hätte er ein Handgeld X bekommen, plus dieses Supergehalt bei Leverkusen weiter ausbauen können in die Zukunft. Hat sich aber dagegen entschieden, weil er mehr spielen möchte. So, und deswegen, dass Gehalt jetzt nicht das Riesenthema wird bei Amiri, das hatte ich mir auch schon gedacht oder ausgemalt und natürlich auch gehofft ein Stück weit. Die Ablösesumme von Leverkusen, 4 bis 5 Millionen, auch das war eigentlich bekannt. Bremen will wohl Richtung 3 gehen. Wenn man ein Amiri Richtung 3 bekommt, vielleicht mit Bonuszahlungen und oder Weiterverkaufsgebühr, ich schätze mal, dass man vielleicht sogar beides hat, dass man mit Bonuszahlungen auf 4 Millionen steigen kann und bei einer Weiterverkaufsgebühr vielleicht 15 bis 20 Prozent Leverkusen dann nochmal kriegen wird. Eher 20 Prozent, denke ich mal. Weil, eine Sache müssen wir bedenken, Amiri ist erst 26 Jahre jung. Der wird im Oktober 27, also nach der, der beendet die Saison, die nächste Saison als 27-Jähriger. Spielt er eine gute Saison bei Werder, ist der sehr, sehr wahrscheinlich auch wieder zweistellig im Millionenbetrag wert. In Anführungszeichen ist er immer schwierig zu sagen, so wert, was ist ein Spieler dann wert. Aber Amiris Marktwert ist aktuell bei 6 Millionen. Da können wir auch nochmal kurz das Ganze hier einblenden. Da seht ihr es auch. 6 Millionen Marktwert hat er gerade. Und wenn wir ihn für 3 Millionen plus Bonuszahlen Richtung 4 Millionen oder sowas bekommen könnten, das wäre schon ein guter Deal. Also rein von dem her, weil halt dieser Wiederverkaufswert gegeben ist bei Amiri. Und es würde da ja auch total spannend sein, was er eben für eine Saison jetzt bestreiten würde. Er hat in der Bundesliga insgesamt in 203 Spielen 19 Tore und 25 Vorlagen gemacht. Und dabei auch noch 25 gelbe Karten geholt. In der letzten Saison bei Leverkusen hatte er 25 Einsätze. Also ich habe das schon mal beim ersten Video zu Amiri gesagt. Es ist nicht so, dass Amiri völlig außen vor war. Er hat in der letzten Bundesliga-Saison 25 Bundesliga-Spiele gemacht. 4 Tore, eine Vorlage. Dabei kommen noch hinzu 6 Europa-League-Einsätze und 5 in der Champions League. Das ist eine ganze Menge an Spielzeit. Also wir reden gerade von 36 Spielen, die er trotzdem gemacht hat für Leverkusen. Und jetzt eben abgegeben werden könnte. Das ist natürlich immer für uns sehr interessant. Was er alles für Positionen spielen kann, das ist ja sowieso schon bekannt. Ein paar Leute haben auch schon geschrieben, naja, wann war der denn jetzt zuletzt verletzt? Natürlich guckt man ja auch immer danach. Freunde, wir können da mal kurz drauf gehen. Also er war in der ganzen letzten Saison nicht einmal verletzt. Und das ist seine Verletzungshistorie. Also das letzte Mal verletzt 2021-2022, zwei Spiele ausgefallen. Zwei Spiele ausgefallen, auch 2021-2022. Dann davor die Saison mal drei Spiele ausgefallen. Hier, die Zeiten kennen wir ja noch. Hier dieses Beides, würde ich beides ausklammern. Eine Schulterverletzung 2019-2022. Außenbandriss, Sprunggelenk, das hier. Und Ermüdungsbruch irgendwie. Ich denke mal, das hier hängt alles irgendwie zusammen. Die Ecke rum zumindest, könnte ich mir vorstellen. Das war halt so seine letzte wirkliche Verletzung, wo er lange ausgefallen ist. Und das war in der Saison 18-19. Also auch da, was das angeht, würde ich sagen, grünes Licht für Amiri. Jetzt geht es natürlich noch so ein bisschen darum, was für Position hat er alles schon gespielt. Weil das wurde wild spekuliert schon in den Kommentaren. Ich habe ja schon gesagt, für mich ist das ganz, ganz klar ein Achterl. Offensive Achter, eventuell sogar Zehner, also Hängenspitze. Du könntest Amiri im Prinzip vor einem richtigen Sechser auf jeden Fall spielen. In einer Doppel-Acht- oder eben vor zwei Sechsern auch als Bindeglied zwischen Mittelfeld und Sturm. Auch wenn man nicht über Dreiersturm redet, kann auch ein Amiri in dieser Hängenspitze auf jeden Fall spielen. Im zentralen Mittelfeld hat er 132 Spiele gemacht, 15 Tore, 17 Vorlagen. Da muss man sagen, wenn man sagt jetzt, okay, ist ja ganz klar, die meisten Spiele 132 im zentralen Mittelfeld. Ja, aber im offensiven Mittelfeld hat er 105 gemacht. Also ihr merkt, wie nah das beieinander ist. Und hat dort neun Tore und 16 Vorlagen gemacht. Bei Hoffenheim hatte er ja insgesamt auch 115 Spiele gemacht, 13 Tore, 13 Vorlagen. Und bei Leverkusen jetzt insgesamt 137 Spiele, 12 Tore, 19 Vorlagen. Das sind jetzt alles nochmal so ein paar Randnotizen. Danach hat er im linken Mittelfeld und im rechten Mittelfeld 23 und 14 Spiele gemacht. Und dann ein Spiel mal ausgeräumt, Mitte Stürmer, ein Spiel mal ausgeräumt, links außen, ein Spiel Hängenspitze. Also ihr merkt, Hauptaufmerk, offensive Achter, Schrägstrich Zehner, das wäre Amiris Paket sozusagen, womit man dann auch irgendwo arbeiten kann. Ja, ich würde mich immer noch über einen Amiri-Transfer sehr, sehr freuen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn er jetzt ins Trainingslager noch einsteigen könnte. Ein Spieler, der höchstwahrscheinlich fast alle Spiele durchspielen kann. Ich gehe nicht, also wenn jetzt keine überraschende Verletzung kommt, was wir toi, toi, toi nicht hoffen, dann ist das ein Spieler, der eine super Verstärkung im Mittelfeld wäre, plus qualitativ. Wäre Amiri wahrscheinlich auf unseren Achterposition, nehmen wir mal Keita gerade raus, sofort unser bester Spieler auf der Acht. Also ihr wisst ja, ich wohne ja näher Leverkusen, Köln, ich habe Amiri schon sehr, sehr lange verfolgt, kenne ihn auch sehr lange und ich stelle mir so ein bisschen vor, wenn Amiri auf der rechten Achterposition, Schrägstrich Zehner, neben einem Weiser spielt und die dann da kombinieren können, boah, hätte ich schon richtig Bock drauf. Ebenso eins der größten Kritikpunkte der letzten Saison, dass wir oftmals es verpasst haben, eben das Mittelfeld einzubinden und von dort aus eben Gefahr zu entfachen, sowohl eben selber aufs Tor oder eben auch diese letzten Bälle zu den Stürmern zu spielen, also die Stürmer noch mehr anzuvisieren aus dem Mittelfeld und nicht eben zwangsläufig nur über lange Bälle oder über Außen, dann ist Amiri genau der richtige Mann. Also, ich würde mich wahnsinnig freuen über einen Amiri-Transfer, schreibt gerne eure Meinung unten in die Kommentare, ich will jetzt erstmal raus, euer Nico, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ciao!